ich habe mich auch angezogen wie so ein gta 5 bei city charakter ja freude ich bin mehr als glücklich wir haben neuigkeiten gute neuigkeiten ich würde fast sagen dass ich meine gesamte twitch-laufbahn auf diesem tag gewartet habe damals habe ich gedacht als ich angefangen habe zu streamen das mit der ps5 ich bin erst mit der ps5 live gekommen übrigens ein release von dem ps5 datum habe ich angefangen zu streamen ich dachte ursprünglich das gta 6 zum ps5 release auch released wird und das als bundle sozusagen veröffentlicht wird ist nicht passiert und drei jahre später sitze ich noch immer hier und bin am stream und mehr als dankbar dass ihr alle am start seid und jetzt ist der tag der tage gekommen gta 5 rockstar games hat den gta 6 trailer gestern released ich bin unfassbar gehypt ich habe sehr hohe erwartungen wie wahrscheinlich jeder da draußen das spiel hinter mir red dead redemption hat schon gezeigt was möglich ist sie sind was story games grafik engine und alles betrifft doch immer top reiter obwohl das spiel seit 2018 19 erst released worden ist und da bisher auch schon wieder vier fünf jahre vergangen sind das muss man sich mal kurz auf der zunge zergehen lassen wenn dta 6 nur ansatzweise die grafik die vielseitigkeit hat wie das spiel red dead redemption 2 dann hat es schon gewonnen aber ich weiß ganz genau rockstar games setzt sich keine zehn jahre hin um am ende des tages da mit der engine von red dead redemption zu arbeiten sondern die werden noch einen draufsetzen deswegen bin ich unfassbar gehypt sagen was muss man eigentlich hier feiern was gta 6 ist draußen beziehungsweise der trailer jawohl ich realisiere es jetzt erst das ist das das ist schwarz auf weiß das gta 6 release wird ist euch das eigentlich bewusst bist es jetzt bewusst sonst war es immer ein rätsel ja könnte ja auch ein trailer sein von winter update ist es aber nicht es ist der offizielle trailer und es steht ein datum fest wann der bums hier released wird da kann man auch mal so eine konfetti kanone zünden einzel chat was genau so sieht ist euch eigentlich bewusst dass bisher 3735 tage vergangen sind als gta 5 released worden ist 3735 tage jungs das sind fucking zehn monate 18 jahre und zwei monate oder so und in das spiel released wird sind es dann auch noch mal zwei jahre übrigens alle an alle leute die mich halten wollen ich wusste zuvor schon dass das spiel erst in zwei jahren rauskommt gta beziehungsweise rockstar games hat bisher noch nie den trailer rausgehauen und ein jahr danach ist release guckt euch die ganzen trailer an und red dead 1 2 3 4 und so immer zwei jahre danach kam das spiel der trailer ist draußen wir werden uns jetzt zum ersten mal reinziehen ich habe es mir tatsächlich noch nicht nehmen lassen wir gucken mal kurz in die statistik grand drift auto 6 trailer 1 65 millionen aufrufe nach 14 stunden platz einzelnen trends 7,4 million likes 7,4 million likes holy shit du müsst euch vorstellen auf diesem moment haben menschen zehn jahre und zwei monate gewartet obwohl gta 5 kam raus und dann war man jetzt noch nicht sofort jo bitte kommt gta 6 raus weil gta 5 ist das beste spiel geführt was released worden ist muss ja nicht ich habe da auf dieses auf das auf dem moment habe ich auf jeden fall drei jahre konstant gewartet man mag es kaum glauben ja man viele leute kennen mich durch die fifa streams viele leute kennen mich durch meine rage clips durch im baseball schläger aber ich sag's euch so war so weit ich hier sitze gta habe ich sowas von durchgesuchtet den online modus und so weiter und so fort red dead redemption 2 ist mein liebiges spiel all time und ich konnte nie rp streamen weil mein pc mal so beschissen war und ich allgemein so die rp bubble nicht so fühle und feier aber das spiel der reine spiel rockstar games macht alles richtig ich hoffe sie machen jetzt hier auch mit dem trailer ist richtig wird sagen wir fuck ja nicht lang und gehen rein dann wollen wir mal eine minute und 30 ich sag mir warte bevor wir reingehen obwohl doch ich sage es jetzt von 65 millionen leuten die sich das video angeschaut haben am mindestens die hälfte hand angelegt ich geh auch dazu jeder fiert hat abgefeuert holi schild ist hier lauteiger ich höre doch nichts jawoll oh gänsehaut gänsehaut ich weiß nicht wieso ich habe gänsehaut es ist noch nichts passiert must da sieht man ja schon mal so wie die menschen aussehen interessant interessant unterschiedliche körpertypen ist interessant unterschiedliche größen helikopterhochhäuser florida flore da ist strip club wichtig off stream werde ich da 90 prozent meiner zeit verbringen ich weiß auf tik tok ich gehe nur noch ins strip club fantastisch unfassbar gut volles mit er wird abgefeuert feier ich fühle ich ist schon realistisch genug oh ich muss noch mal abfeuern oh ich muss noch mal abfeuern oh nochmal oh und vielleicht noch mal alter wie geil das schaut aus wie bei roher im stream es sind doch diese was so ein trend da ist in amerika digga schaut euch das an da ist ja alles kaputt gegangen so detailliert nicht so wie in gta 5 war und gta 5 ist schon detailliert sehr geil das sind die beiden main charaktere ne ja sehr geil da kann man echt viel draus machen ne das acryl regal auch prall gefüllt ich sehe da den kales kaya hinten drin stehen oh bitte weiter ich höre nichts mehr ne ich bin absolut taub das ist geil holy shit stimmt da kann man viel draus machen es könnte auch sein dass sie einfach ein paar sind ein gangsterpärchen das bringt natürlich nochmal ganz neuen schwung in die bude hier soweit habe ich gar nicht gedacht als ich gemerkt habe oder als geleakt worden ist dass man eine frau und einen typen spielen kann gangsterpärchen das ist ja geil liebe ich will nicht feiere ich gta 5 volles mad scheiße mann 2025 ist doch noch ein bisschen was hin aber wir haben jetzt schwarz auf weißen release datum deswegen kann man nochmal abfeuern wie sieht sie eigentlich aus wie bei dagobert dack guck mal wie die putze aussieht was ist los hier heilige mutter maria der macht das sauber kurzes fazit zum trailer ich konnte jetzt wirklich weil ich so viel emotionen gerade habe gänsehaut und tränen in den augen und vielleicht sogar ein rohr in der buchse mich gar nicht wirklich auf die details konzentrieren aber erster eindruck ungefähr meine erwartungen entsprechend vielleicht sogar ein bisschen die erwartungen übertroffen allein schon mit diesem was man so insta und das die ganze social media sache ein bisschen mehr in den vordergrund rückt weil soweit habe ich gar nicht gedacht ich dachte du ballerst da wieder rum fährst mit dem auto machst deine mission aber social media hat ja uns in den letzten zehn jahren wahrscheinlich mehr beeinflusst als sonst was ich weiß nicht mal als gta 6 released nach gta 5 released worden ist da war instagram noch gefühlt irrelevant und in den letzten zehn jahren ist social media so gewachsen gefühlt an jedem imbiss gibt es jetzt qr kurz und so weiter und so fort das kann echt geil umgesetzt werden von rockstar games soweit habe ich gar nicht gedacht was das betrifft ist auf jeden fall ganz edel und ich bin sehr gespannt was sie allgemein noch so machen also was noch geleakt wird also game es ist halt nur ein trailer es ist wie ein film die können ja alles machen und schön polieren am ende ist es nur noch gucken wie das gameplay ist und wie die storyline ist aber wenn es schon mit einem pärchen losgeht das ist schon krass man sollte sich bei sowas nie zu sehr halten am besten mit nichts rechnen und dann bist du auch nicht enttäuscht kann ich euch bei allem empfehlen könnt ihr machen wenn ein urlaub geht schaut euch am besten keine bilder an obwohl ihr solltet euch schon bilder angucken aber ihr solltet euch nicht zu krass halten sagen dass ich den krasse zu urlaub als lebens geht einfach hin ohne erwartung und ihr werdet überrascht und am ende ist das halt glücklich dass ihr dort seid so meine damen und herren wir gucken uns jetzt den trailer noch einmal erneut an und achten wirklich auf details da wirklich gänsehaut und ein rohr in der buchse gehabt als der trailer los ging mal gucken was jetzt ist ich werde mich auch mal anderswohin setzen auch bilder vom hotel schon interessant interessant dies auf jeden fall einer von den hauptkerlern die man spielen kann das schaut jetzt hier erstmal alles sehr belebt aus ähnlich wie bei red dead redemption viele tiere kann sein dass gta 6 das auch so übernimmt also sieht sehr belebt aus viel belebter als im spiel davor es ist alles so ja das wasser ist krass das ist die stadt laut rockstar games oder laut nix oder das was ich gehört habe sollen 70 prozent der gesamten gebäude betretbar sein ich weiß jetzt nicht inwiefern das gemeint ist dass 70 prozent der gebäude betretbar sind oder vielleicht sogar auch dann 70 prozent der räume heißt wenn wir jetzt ein gebäude haben wie dieses hier vorne rechts ich zeige mal hier dieses kann ja sein dass man es betreten kann aber nur in den obersten stock laufen kann wie zum beispiel bei warzone dass die mittleren mittleren räume gar nicht dazu zählen versteht was ich meine man kann zwar ins gebäude rein aber nicht 100 prozent des gebäudes erkunden wäre krass wenn es so sein sollte man sieht ja auf jeden fall unterschiedlichste fenster mal die rolllade ganz hoch mal nicht sieht auf jeden fall detailreich aus weiß man jetzt nicht ob man da in jede putze reingehen kann wäre auch krass wenn gucken wir weiter warte 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 da sieht man schon was da kann man schon ein bisschen mehr daraus lesen an dem gebäude so hier also man hat gibt es eine pflanze mal ist die rolle mal sind die rolllose hoch mal sind sie runter mal sind die vorhänge zur seite hier ist nun mal ein swimming pool dings bums ach so ein schwimmreifen also von außen könnte man denken dass man zum teil da reingehen kann wäre krass wenn man in jedes zimmer reingehen kann wenn man hier sich das unten nochmal anguckt sieht man schon den innenraum also die beleuchtung heißt es ist nicht dicht also hier kann man zumindest schon mal in die gebäude reingucken hier sieht man auch eine lampe könnte hier sind man sieht man auch lampen also es kann wirklich sein dass man dieses gebäude komplett betreten kann jedes einzelne jede einzelne wohnung das wäre krass da muss die map auch gar nicht größer sein als die map zuvor wenn man wirklich jedes jeden raum betreten kann geil anderes ökosystem hier sonst kennt man von gta eher nur so strand und stadt das ist geil erinnert mich ein bisschen an red dead redemption bisschen wildnis sehr cool so ein sumpfgebiet ja das ist das was auch red dead hat diese detaillierte tierwelt was in gta 5 wahrscheinlich nicht so eine große rolle spielt wie bei red dead da konntest du nämlich jagen die leute die tiere fällen und häuten und sonst was man sieht krokodile man sieht hier ein mögliches gedauern ich glaube schon dass es ähnlich sein wird von der natur her wie bei red dead weil sie da eigentlich nur eins zu eins kopieren müssen mehr ist es nicht sie müssen eigentlich nur die tierwelt von red dead in gta reinhauen und dann haben sie schon gewonnen weil in red dead ist so dass auch zum beispiel dieses krokodil hier ein theoretisch dieses tier essen kann und wenn das tier stirbt kommst kannst du kommst du vielleicht einen tag später dahin und dann ist es schon so leicht vergammelt und so weiter und so fort das gibt schon in red dead und da müssen die einfach nur diese ganze tierwelt und natur übernehmen auch himmelstechnisch natur technisch schaut das aus wie red dead red dead redemption 2 wurde vor vier fünf jahren released so das sind die unterschiedlichen bodies hier kann man natürlich einiges entnehmen kopfhörer sonnenbrille dies das ananas also auch wieder sehr detailreich wie es halt sein soll der beach hier irgendwelche jet skis dies das ananas hier das bild könnte auch von gta 5 sein ist jetzt nicht groß was zu merken außer der kleine hund passt weiter geht's hier sind wir im hafen sieht entspannt aus coole sache hast du kann man so unterschreiben hier ist jetzt wird spannender getunete wagen und ja sieht ähnlich aus wie gta 5 tatsächlich was will man auch groß verändern am ende des tages bleibt ein auto ein auto und ein getuntes auto und getuntes auto grafik technisch war gta 5 schon sehr weit vorne da kann man gar nicht mehr so einen noch draufsetzen deswegen hast du das club hier sieht man schon champagner flaschen auf eis dies das ananas haben sie schon sehr wild aus und auch sehr kurios so wie es halt wirklich ist in einem club und ich will im strip club von gta 5 dass da drei leute sitzen und es ist ein kuddelmuddel rechts wird geklappt hat in der mitte wird getan es ist auf jeden fall ein bisschen belebter allgemeiner spiel ich glaube es wird sehr sehr belebt sein gta 5 das ist die street ok das sieht schon wild aus was haben wir hier mit ein penner das sieht schon aus wie in florida ne ich war zwar noch nie dort aber man kennt sie aus film und fernsehen die schicken schlitten gute beleuchtung hotels gar nicht so unterschreiben und links balkon oben links balkon das ist oben links im balkon ja kannst du reingucken denke ich auch dass man da in dieses gebäude rein gehen kann vor allem auf so einer main street dass man hier jedes gebäude betreten kann sind ja jetzt nicht irgendwelche häuser auf dem land sondern sind wirklich häuser die mitten in der stadt sind und da kann man dann wahrscheinlich auch die verschanzen oder sonst was machen das wird auf jeden fall unfassbare spielerlebnis rooftop bars sieht man hier vorne das wird schon sehr geil oh ja da sehe ich mich am dj pult lattengerade man muss halt echt abwarten wie das am ende des tages umgesetzt ist das jetzt nur ein trailer und hier mache ich natürlich gerne pause für alle leute die ihr bestes stück in der hand haben tatsächlich muss man echt abwarten wie das dann umgesetzt ist wie die storyline ist und natürlich wie die engine ist im trailer kannst du alles so schön schneiden wie du es willst dann guck mal hier was ist los wohin guckst du denn das ist was gibt es hier vorne zu sehen sieht auf jeden fall gut aus kann ich so unterschreiben super super grafik passt so guck mal hier sieht man schon das kann man auch mal kurz analysieren unterschiedlichste boote zum ersten mal glaube ich auch fahrende frachter mit containern das gab es im spiel zuvor nicht kleine boote mittlere große boote große container schiffe und so weiter und so fort da sieht man auch ein zeppelin flieger die stars ananas autos wirklich art sehr vielfältig noch niemals eine fertige brücke das könnte auch passieren was in red dead redemption der fall war dass es gebäude gab eine handvoll die noch nicht fertig gebaut sind die aber im verlaufe der story fertig gebaut wären oder werden sorry das ist denke ich mal auch bei gta 6 der fall dass da mitten in der stadt ein riesen wolkenkratzer aus dem boden gestampft wird im verlaufe der story und dass man da mit den sachen interagieren kann das wird hier 100 prozent der fall sein und sei da gerade auch eine nicht ganz fertige brücke wird dann wahrscheinlich irgendwann fertig ich würde gerne noch mal einmal hier so ein konfetti regen explodieren lassen so was brauchen wir das ist doch das echte leben bringt mir ein bisschen need for speed vibes wichtig und richtig hier so insta story da ich glaube auch social media wird hier eine große rolle spielen in dem nächsten teil weil es in unserem echten leben auch eine riesige rolle spielt hier was ist los junge ein bisschen aus wie von red dead die einkaufsläden da kann man hier einen katalog öffnen oder mit dem verkäufer reden und einmal das gesamte menü kaufen oder man geht wirklich an die regale weil das sieht schon so detailliert detailliert aus wie bei red dead dass man wirklich vor dem regal steht und sich die sachen einzeln in die tasche tun kann also auch hier sieht eins aus wie bei red dead man kann sich wahrscheinlich diesen donut wirklich aus dem schrank holen oder hier das brot oder was auch immer also es wird wahrscheinlich so der fall sein und ich denke auch dass der gta 6 charakter fett werden kann dass man seine ausdauer trainieren kann und dass man ihn halt wie einen echten menschen behandeln muss also sehr realitätsnah so wie bei red dead redemption 2 dass auch mal der bart mitwächst die haare wachsen und da musst du zum friseur bei gta 5 war es ja noch du konntest zum friseur und dir eine schicke frise machen und dann bleibt die immer so in gta in red dead ist so du musst halt wirklich dich pflegen und wenn du dich völlig zu mast ist wirst du auch fett und hast wenig ausdauer das wird wahrscheinlich auch der fall sein und sowas ist geil ich weiß jetzt schon dass die ganze map voller easter eggs und irgendeine sidequests sein wird und das erinnert mich ein bisschen an red dead so von der grafik her mit der macho und allem so schaut das auch bei red dead aus wenn du voll zugematscht bist also da werden sie wahrscheinlich nicht ganz große sprünge machen weil bei red dead ist schon 1a müssen eigentlich nur noch das übernehmen was wir von red dead redemption 2 haben auch so von der grafik her wie die charaktere einzeln ausschauen schon sehr nah an red dead so haben sie noch nicht also ich würde sagen grafik technisch ist es kein riesen sprung vergleich zu red dead aber natürlich ist die neuzeit gta und deswegen kommt es unfassbar krank an wir brauchen auch gar nicht mehr noch eine schuppe draufhauen mit der grafik weil die grafik von red dead ist die beste grafik die wir haben stand jetzt das war es meine freunde gta 6 coming 20 2025 was soll ich eigentlich bis dahin machen ich kann ja nicht jedes jahr die gta 5 story ballern von der skala von 1 bis 10 was meint er neun ich würde auch sagen neun da geht mit sicherheit noch mehr überwartung übertroffen nur in dem sinne dass das social media ding noch so was ich nicht im kopf hatte ist das so wie es ist mein persönliches rating ist neun von zehn tatsächlich warum die neun von zehn und nicht eine zehn von zehn einfach aus dem grund weil das spiel erst in zwei jahren rauskommt und aus dem grund weil ich da noch nicht so viel nehmen konnte man hat viel gesehen man hat ein einblick in die welt bekommen aber man kriegt noch nicht das gefühl wie sich das ganze verhält ich bin sehr gespannt das war's mit dem gta 6 trailer ich bin richtig hyped auf das spiel und wenn ihr lust habt auf die gta 5 story wir sind genau jetzt live auf twitch hot game vorbei sehen uns im chat